Das kannst du nicht so bringen. Oder schon. Aber du bist nicht verwandt mit deinem Salatitsch? Aber du bist nicht verwandt mit deinem Salatitsch? Nein, nein, nein. Sattaritsch heisst ich. Nein, er ist voll am Ausrasten in der Garderobe. So die Krallen zeigen. So die Krallen zeigen. So die Krallen zeigen. Miau, miau. Oh mein Gott, Mann. Was? Hast du den richtigen Spieler vor dir? Ich habe heute mein erstes Interview. Ah wirklich? Und schon so frech? Ich komme von meinem schlimmsten Interview, das ich je hatte. Herzlich willkommen zum schlimmsten Interview, das es gibt. Dieses Jahr haben wir uns gedacht, führen wir ahnungslose Spieler mal so richtig aufs Glatteis. Und zwar mit Hilfe ihrer Mitspieler. Und diese pranken sie so richtig fies. Wir machen ein vermeintlich normales Interview. Also Moderatorin interviewt Spieler. Aber im Hinterzimmer sind dann die beiden Mitspieler, die Jasmin wie an Knopfdruck fernsteuern können. Ungemütliche Fragen, fiese Insider-Infos und peinliche Aufforderungen. Unsere Prankers waren wirklich kein Grenzengesetz. Und ich habe einfach alles schonungslos ausgeführt. Oh Mann, der hat uns besonders leid getan. Luca Christen wird heute geprankt von seinen beiden Gespändchen, von Dario Kummer und von Stefan Cianner. Die beiden Pranker haben sich richtig etwas einfallen lassen. Captain Stefan Cianner hat sogar in die Tasten gehauen und hat einen Leserbrief für Luca geschrieben. Aber zu dem kommen wir später. Jetzt fangen wir mal ganz sachte mit dem Interview an. Hallo. Hallo. Hi. Bist du ja pünktlich? Bist du ja pünktlich? Ja. Bist du gerade jetzt? Ah, er tut dich noch verkabeln. Ja, sicher. Du kannst das einfach unter das Leib nehmen und dann hinten in die Rücktasche rein. Ich länge ihn ein wenig an. So ein wenig komisch. Warte, soll ich mal schnell selber? Ah, ok. Nein, es geht. Bist du ein wenig braun geworden? Ist doch gut? Ja. Du schaust auch so gut. Du schaust auch so gut, gell? Ja. Also nein, es ist gut. Wir beginnen an. Luca, erzähl doch mal, wie geht es dir am Anfang einfach ein wenig? Ja, es geht mir gut im Moment. Jetzt ist der Summerturning. Jetzt sind wir fertig und dann haben wir noch ein wenig Ferien. Wie läuft denn jetzt das Summertraining? Wie würdest du sagen? Oder wie ist es gelaufen? Ja, wir haben hart gearbeitet als Mannschaft. Wir sind viel zu säkeln. Und ich glaube, es war wirklich ein gutes Summertraining. So, mal den Bizeps anspannen. Sag mal den Bizeps. Ja, du hast gesagt. Das ist doch gut. Sag mal. Aber anspannen? Nein. Nein, da gibt es nicht das Zeug. Wieso? Nein, das ist schon gut. Frage nachher, wieso er die Nummer 89 hat? Das war noch eine Fanfrage. Warum hast du denn die Nummer 89? 98. Ah ja, 98, sorry. Warum hast du denn die Nummer 98? Das ist mein Ohr gegangen. Laut der Statistik warst du ja auch der beste Spieler gewesen. Also mit der besten Plus-Minus-Bilanz. Oder? Weiss ich nicht. Hast du das nicht angeschaut? Du musst dir Sachen anschauen. In den Playoffs. Also einfach in den Playoffs? In den Playoffs? Nein, da bin ich sicher nicht dabei. Ah, nicht? Nein. Was ist denn dort passiert? Gegen Gajua in dieser Serie. Manchmal hatte man das Gefühl, von außen durch den Kopf noch anders. So gut gespielt. Manchmal hatte man auch das Gefühl, du hast den Kopf noch anders gehabt. Hast du das auch das Gefühl gehabt? Während der Playoffs? Demo ist Serie gegen Gajua. Also gegen Gajua vor allem? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich noch anders hatte. Ich habe vielleicht im Team gemerkt, dass es eine knappe Serie ist. Dann wollte ich dem Team zu fest helfen. Oder weiss auch nicht. Ich habe mich ein bisschen in das reingestiegelt. Jetzt hast du ja eine sehr gute Saison gespielt. Laut Experten. Sogar der beste Spieler der Swiss League. Ja. Jeder Experte hat das gesagt, Luca. Überall ist es gestanden. Machst du jetzt den Umweg über die National League oder gehst du direkt rüber? Machst du jetzt noch den Umweg über die National League oder würdest sagen, gerade rüber sie? Gerade rüber sie? Nein. Also sicher nicht. Bist du getraftet, oder? Sie wird sicher in der National League, also in der National League. Meinst du nicht, dass du getraftet wirst? Nein. Ich bin schon bezahlt für das. Was? Frag nochmal Lieblingsbier. Was ist dein Lieblingsbier? Bier? Ja. Das 49er vor allem. Gefrag Lieblingstier. Was? Das 49er Bier. Nein, Dier meine ich. Ah, Dier? Verstanden. Trinkst du es sogar? Trinkst du viel? Nein. Ah nein, Dier, sorry. Keine. Ich würde wahrscheinlich sagen Aloi. Aloi? Warum? Ja, einfach. Es ist das grösste, also das mächtigste Tier. Es lebt in Nerudu. Mach mal. Wie eine Loi. Es ist nicht alleine, ja. Ja, das ist wirklich cool. Mach mal wie eine Loi. Das kann ich nicht. Mal so. Jetzt ist es schon schlimm. Mal so. Mal so. Ich habe nie einen gesehen live. So. Ja. Noch ein bisschen mit den Pfoten. Nein, nein. Das kommt nicht im Fernsehen. Das kann ich nicht machen. Eben noch das Experiment mit den Tiergeräuschen in 10 Sekunden. Das Problem ist eben, darum muss ich etwas lachen. Wir haben bis jetzt mit allen. Oder wir wollen mit allen so ein Experiment machen. Du schaust in die Kamera. Ja. Und danach. Du schaust einfach 10 Sekunden lang. Du schaust eigentlich die Tiergeräusche nachmachen. Nein. Du bist doch ein wenig weg. Du kannst gleich in diese Kamera. Nein, das ist einfach so. Hä? Das ist eine Challenge für alle. Und? Das Problem ist, diese Challenge haben wir halt bekommen. Die müssen alle machen. Also wir haben es vor drei gemacht. Es sieht bei allen blöd aus. Das muss sich einfach lustig haben. Ja, hast du mir das Tier? Ein Tier, das dir in die Kamera kommen. Ein Tier, das dir in die Kamera kommen. Ein Tier, das dir in die Kamera kommen. Eine Katze, das kannst du mit mir auch. Ja, ja. Ein Hund. Ein Aff. Ein Aff. Ein Aff. Ich weiß nicht, wie ein Aff macht. Oder ein Delphin. Ich mache die. Einfach. Ja. So viel wie möglich in 10 Sekunden einfach. Ich muss mir überlegen. Was willst du machen? Ja. Also zuerst eine Katze. Das ist ja easy. Ja eben. Einfach mir auch. Ja. Ja. Dann. Ein Ross kannst du ja auch. Ein Aff. Oder ein Aff. Ja, oder so ein Aff. Das ist ein Ross. Ja, das ist aber ein faules Ross. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Oder so ein Mäh. Mäh. Ja, wie ein Schaf. Und dann noch so ein Elephant. Ja, du kannst ein 2f være machen. Den kannst du zum Schluss bringen. Ja. Mäh mal. Also. Warte, das hat mir jetzt schon dich gesagt. Das wollte ich vergessen. Eine Katze. Eine Kuh. Ein Geiss. Mach einfach-ein-Augen-Z fairy. Ach, sonst machen wir es einfach nochmal. Nein, nein. Das ist schon gut. Dass wir eine Sprache. Ja, vielleicht muss wir es noch machen. Also. Miau! Miau! I-a, I-a Mú-u, Mú. Das ist der Hund schon? – Trä, trä... – und weisst du, das Herz ist normalerweise. Ich kann es noch nie sehen, dass jemand so... Ja! Er hat das so gemütlich mit dir. Wir machen es aber schon noch mal besser. Mit Kli-Elan. Weisst du, mit den Händen, wenn das Büsse kommt, machst du irgendwie... Wie machen wir mit den Händen? Kann ich. So Krallen zeigen. So Krallen zeigen. Und wenn der Hund kommt, kannst du hinter dem Ohr kratzen. Die Hände als Ohren. Oder die Hände als Ohren. Das kannst du auch. So. Ja, machen wir es noch mal. Machen wir es noch mal. Miau, miau. Ia, ia, ia! Muu, muu! Tare, tare, tare. Ah, fuck! Scheisse! Du weisst, Achtung. So. Ist gut? Nein! Die Kamera ist suppressed. Die Gurke. Sorry! Nein, die Scheisse. Hey! Heutzutage! Heutzutage hintereinander! Ui, jetzt ist die Kamera kaputt gegangen. Und das hat unser Kameramann so richtig wütend gemacht. Aber natürlich alles abgesprochen. Alle haben es gewusst, ausser Luca nicht. Aber was kann ich beim Messer machen? Es ist heutzutage hintereinander, wenn die Kamera kaputt geht. Und wir kommen nicht hin, sondern inzwischen immer Lichtungsmaterial und Besorgen. Also, wir gehen weiter. Wer ist dein bester Body im Team? Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Wer ist dein bester Kollege im Team? Würdest du sagen? Wir haben solche Umfragen gemacht. Ja, pfff. Muss ich einen rausnehmen? Ja. Wirklich? Ja. Und mit wem machst du den am meisten? Zum Beispiel mit dem Neufler, ich war gerade in der RS. Ich habe früher auch angefangen, Hockey zu machen. Mit Junioren zusammen gemacht, wie mit dem Weiss Luca auch. Dein Name wurde eben nicht erwähnt. Wir haben die Umfrage gemacht, und es ist sehr komisch, weil niemand hat wie dich gesagt. Ja. Da dachte ich, ob du im Zicken bist, dass niemand dich gesagt hat. Vielleicht, ja. Ja, ich weiss nicht. Wirklich? Würdest du sagen? Nein. Nein, oder? Nein. Okay, ich habe es nur etwas komisch gefunden. Machen wir das mit der Jugo-Pause? Wir machen den Einspann, zum Teil sagen so, Hau zusammen, da ist Luca Christ oder so. Und bei dir wäre es einfach so, dass du jubeln musst. Dann wirst du so eingeblendet, wie du so jubelst. Ja. So wie er am Rücken einen Pfeilbogen holen würde. Wie du am Rücken einen Pfeilbogen holen würdest? Und dann schiessen? Und dann schiessen. Und dann schiessen. Ist es einfach so? Ja. Top. Genau so. Und dann musst du einfach noch etwas ... Yay. Muss ich machen? Ja, wie du würdest das Entscheidende. Ja. Ja. Das Entscheidende Overtime-Goal. Kannst du auch noch das Goal schiessen? Du könntest schon so tun. Würdest du das Goal schiessen? Das Goal schiessen und dann Pfeil schreien. Zuerst das Goal schiessen oder Pfeil schiessen? Das würde ich lustig finden. Also gut finden. Ja, aber das Goal schiessen sieht man ja nicht auf der Kamera. Das ist mehr für dich, weisst, wegen der Emotionen. Das Feeling. So, dass du ein weisses Feeling hast. Aber ich habe noch nie gemerkt, wenn ich ein Goal geschosse. Was machst du denn, wenn du in ein Goal geschossen bist? Ja, nichts. Du hast immer Zungen draussen, gell? Zungen ist auch immer draussen? Ja. Vielleicht müsstest du noch Zungen draussen haben beim Pfeil schiessen, dann würde es etwas authentischer wirken. Warum hast du eigentlich immer Zungen draussen? Keine Ahnung. Das merke ich gar nicht. Ja, die ist aber sehr kalt. Nein. Nein. Ich sehe nicht immer draussen. Oh mein Gott. Das ist so gemein. Also, jetzt machen wir das. Komm. Mach das draussen. Yeah! Nicht so schlecht gewesen, aber es geht noch etwas Lüter. Noch Lüter. Noch Lüter. Du kannst wirklich was schreien. Das ist richtig so Halle hier drin. Wir sind ja alleine. Das ist verdammt geil. Was hast du das gehört? Ja. Ja. Ja! Wir haben das öffentlich gemacht. Weisst du, dass das Interview heute stattfindet? Hast du es gesehen auf Social Media? Nein. Hast du uns auf Social Media abonniert? Ja. Ah, okay. Aber wir haben das Bild gepostet. Von mir? Ja. Vorgestern, glaube ich. Nein, ist eben nicht. Schon länger. Letzte Woche, als wir die Umfrage gemacht haben. Mit dem haben wir die Umfrage gemacht, die mir niemand als bester Kollege gesagt hat. Ah, jö! So herzig. Ich habe mich auch gewandert mit deinem Team. Wenn denn? Ihr mussten doch einmal das Reiko unterschreiben, oder? Dort fragten sie. Nein, ich glaube das kam per Mail. Oder war es per Mail? Ich hatte von dem nichts mitbekommen. Wirklich? Vielleicht musst du etwas netter sein. Vielleicht... Noch netter. Hast du die Gefühl, du bist schon ein Netter? Schon, ja. Irgendwel, ja. Also, eigentlich wirklich. Das war wirklich richtig feiss, aber Luca, jeder hat dich gerne. Du fährst ja Audi, verdient mir Swissling so viel Geld. Vielleicht sind sie jetzt ein bisschen eifersüchtig wegen deinem Audi. Wegen dem Audi? Nein. Aber du hast neue Audi, oder? Ja. Es hat sich umgesprochen. Es hat sich schon ein bisschen umgesprochen. Wieso? Ja, sie hat sich wirklich schon ein bisschen umgesprochen. Ich habe gehört, Lu hat sich Audi gekauft, neuer Vertrag. Neue Freundin. Neue Freundin. Neue Freundin? Mhm, ich weiss auch. Ja. Bist du gegen Ajois etwas müde gewesen, wegen der Freundin? Wir hatten es ja am Anfang nochmals davon, wegen Ajois. Du hast selber gesagt, du hast den Kopf nicht bei der Sache gehabt. Und jetzt haben wir sie aufgedeckt, warum, oder? Weil du frisch verliebt bist. Ja, nein. Das hat nicht mit den Menschen zu tun gehabt. Nicht? Nein. Ein Schlafmangel? Ein bisschen Schlafmangel. Nein. Auch nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Wir haben ja das öffentlich gemacht, das Interview, dass das stattfindet. Und wegen dem haben wir auch einen Fanbrief bekommen. Also wir haben es öffentlich gemacht und die Leute konnten wie Fragen stellen. Darum auch vorhin diese Frage mit den Nummern. Das war ja eine Fanfrage. Ja. Aber der hatte ja nicht einmal deine Nummer in Richtung. Ja. Und wir haben eben, glaube ich, wegen dem auch einen Brief bekommen. Einer hat dich geschrieben. Mega herzig. Ein Brief? Ja. Das ist der ominöse Fanbrief, den Stefan Canne geschrieben hat. Und jetzt schaut mal. Sogar mit Adressen und mit Briefmarken am E-Sports geschickt. Richtig professionell also. Bis auf das, was drin steht. Kann ich das lesen? Ja, voll. Wir haben sogar gedacht, du kannst ihn nicht sofort vorlesen. Vorlesen? Laut vorlesen. Wer hat er denn geschrieben? Das weiss ich doch nicht. Krass, gell? Da kannst du einfach laut vorlesen. Du musst wirklich vor die Kamera. Und laut. Ist gut. Laut. Dann hat er mega Freude, wenn wir das sagen, dass du es laut vorlesen hast. Hallo Luca. Mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin 39 Jahre alt und wohne in Hotwil. Ich bin grosser Fan von dir und bewundere deine Leistung sehr. Schade hat das nicht geklappt mit dem Meistertitel. Es ist extremer dünn. Muss ich nochmal von vorne? Einfach mal weiterlesen von dort. Einfach mal weiter von dort. Und einfach diesen Satz nochmal. Es ist extremer dünn gepfiff, dass ich keine Spieler von dir schauen konnte letztes Jahr. Deshalb habe ich mir ein neues Hobby gesucht. Ich bin jetzt dem Schachverein Hotwil beigetreten. Wir heissen Schachmat King's Hotwil. Ich habe dort auch die Nummer 89 wie du. Soll ich das nicht sagen, oder? Nein, ich weiterfahre jetzt mal. Einfach weiterfahren. Viele Mitglieder kennen dich dort und würden sich wünschen, dass du uns einmal besuchst. Rudi, der Gründervater, meint jedoch, dass du wohl keine Bereicherung wärst. Er hat gesagt, dass der IQ des Christenlümmels nicht mal zum Tür öffnen würde. Er sagt auch, nachdem er dich in einer Partie Schach besiegt hat, würde er dir dann alle Finger brechen, dass du nie wieder Schach spielen kannst. Was? Rudi, ist der ein geselliger Typ? Was ist das? Hä? Ist das ein Witz? Das ist schon der. Ich habe nur diesen bekommen. Ich habe ihn nicht sofort bekommen. Ich habe ihn nicht sofort bekommen. Nein, ich habe ihn einfach bekommen. Sorry, aber du kannst einfach weiter. Das kannst du einfach nicht so bringen. Oder schon. Wir schneiden vielleicht die beste Teil. Ja, wir schneiden das klein. Aber sonst kannst du einfach weiter. Marjan, die Vizehutwiler, Schachmeisterin der Dreifinger-Kategorie, meinte aber, dass du ein stämmiger, einheimischer Knabe voller Abenteuerlust unserem Kreise guttun würdest. Wir haben seit neuestem auch Schach auf Eis. Wir nennen es Eis-Schach-Hockey. Fertig? Nein. Deshalb frage ich dich, ob du mal Zeit hättest, uns zu besuchen. Wir würden uns riesig freuen. Wir würden auch grillieren. Es wäre toll, wenn du dein eigenes Fleisch mitbringen konntest. Lieber grüssen. Er kam jetzt langsam auf. Okay, du hast einen Witz gemacht. Steht das da? Nein, es steht da aus. Kennst du den? Nein. Aber er ist ja von Hut. Kennst du den? Nein. Er hat es sogar am Eisbord adressiert. Hat er noch Adresse? Nein, Adresse hat er nicht draufgeschrieben. Aber hier hat er draufgeschrieben. Bist du schon mal ferngesteuert worden? Ich würde schon. Schon? Danke für die schönen Momente. Danke. 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 Danke.